Hallo Leute, hier ist wieder Tata und heute gibt es das nächste Video von mir. Diesmal wieder ein KI-Kampf, wieder mit den Emir und... Oh, der ist der Schwein, der Gegner für den Emir. Wir haben hier wieder unsere typischen Einstellungen, Deathmatch mit 3000 Gold. Wir haben meine Turnier-Map, äh, ich hab das rumprobiert, die Map ist ganz gut. Eigentlich wollte ich jetzt sagen, ich hab das noch nicht getestet und... Ähm, ich weiß auch noch nicht welche Map, aber das ist mehr oder weniger gelogen, denn... Äh, ich hab das Video schon mal aufgenommen, hatte aber dafür mein Mikrofon gemutet. Dementsprechend, äh, hab ich das schon mal getestet, weiß, wie es vermutlich ausgehen wird und, äh... Ja, die Map hatte ja ganz gut funktioniert, deswegen nehmen wir die einfach nochmal. Äh, danke an die Leute, die mir das sofort gesagt haben, dass da der Ton, äh, weg war oder nicht aufgenommen wurde. Ähm, ich hab das andere Video jetzt, ähm, gesperrt und... Dementsprechend, äh, werde ich das jetzt hier nochmal neu machen. Wollen ja, dass ihr auch meine Stimme hören könnt. Unten links haben wir den Emir in lila, oben rechts das Schwein in rot. Schwein in rot ist, denke ich, klar, Emir, lila, hat sich mir letztes Mal jemand gewünscht. Deswegen, ähm, ja, man, lila, Emir. Ähm, hm, was sehen wir noch? Wir sehen hinten, zumindest war es bis jetzt immer so, Emir sehr viel früher mit seinen Bogenschützen. Das Schwein greift ja schon an, aber den Nassenangriff, den muss ich jetzt hier nicht besonders lange zeigen. Warum hast du aufgehört zu schießen? Keine Ahnung, keiner weiß es. Ähm, jedenfalls das Schwein steinbruchstechnisch bis jetzt immer hinten gewesen. Aber wirtschaftlich innen alles fertig. Und ich würde sagen, an dieser Stelle ist auch ein guter Punkt, äh, Beide KIs haben noch keine fertigen Bogen. Aber Außenproduktion ist schon ein bisschen da. Äh, wäre ein guter Punkt mal zu sagen, was ihr denkt, wie es ausgeht. Was können wir denn sagen? Wir können sagen, ähm, der Emir hat ein bisschen Pech, ein paar Feuerballisten. Also das ist nicht die allerbeste Verteidigung. Ähm, Ja, der Gegner hat auch keine schwergerüsteten Truppen, deswegen geht's vielleicht. Auf der anderen Seite, ähm, Armbrust schützen die selbst gegen gebaffte arabische Wettkämpfe immer noch super effektiv sind. Und mit den Schreitkundenkämpfen, eigentlich auch ganz gute Nahkämpfer. Ähm, Baut Sturmböcke und alles. Schreibt's mal in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was ihr denkt. Wir machen jetzt einfach mal weiter und wir sehen, ähm, das ist eine Emilburg, die, die Kleinturm innen hat und in so zwei Gruppen gruppiert hat. Ähm, ich muss euch mal dem ersten Video, was ich jetzt, äh, wieder runtergenommen hab, im Endeffekt drei Videos machen, um das schön zu haben. Ich weiß gar nicht mehr, was beim ersten Mal falsch war. Beim ersten Mal war die, die Map irgendwie einseitig. Beim zweiten Mal, genau, beim zweiten Mal hat das Schwein eine, eine sehr unglückliche Burg gebaut. Äh, das ist diese eine Schweineburg, die hier vorne relativ viel Anbau hat, wo die Türme auch, äh, trotzdem nicht weiter vorne sind. Und da konnte dann eine Feuerwehrliste von eben hier die ganze Schweineburg andauernd anzünden und die ist auch irgendwie nicht kaputt gegangen und da hab ich mich dann auch entschieden, dass wir das nochmal neu machen. Ähm, deswegen jetzt hier nochmal einer nicht super gehandicapten Schweineburg und einem Emir, der, ja, eines seiner Burgenbautsch, die sind relativ gleich stark. Wir sehen hier, der nächste Angriff vom Schwein kommt. Das Schwein rennt aber in den Emir-Angriff und hier ist wieder das Problem, wenn hier berittene Bogenschützen stehen, ist das sehr, sehr ungesund für die Angriffsarmee des Schweines. Nicht bloß sterben hier alle Belagungsgeräte, sondern selbst die Truppen selber. Ich mein, es braucht, glaub ich, 15 Schuße von dem Bogen, bis ein Streitgruppenkämpfer umfällt, aber wenn das so viele sind. So, wir sind aber mittlerweile, ja, jetzt auch bei allen vier Turmen fertig. Die Torese sind fertig, alles besetzt. So weit, so gut scheint zu funktionieren. Wirtschaftlich ist hier nichts in Gefahr. Ihr seht auch, das Schwein hat nicht so mega viele Farmen. Wer jetzt Lust hat, kann das jetzt zählen. 4, 10, 4, 8, 10, 12, würde ich sagen. Aber nur zwei Steinbrüche, was natürlich ein bisschen bitter ist, während der Emir hier 4 hat. Ein bisschen mehr des Grünzeugs nutzt. Jetzt kommen wieder die typischen Emir-Stör-Aktionen. Aber ihr seht, das sind schon wirklich gebuffte Wertkämpfer. Wenn das jetzt Vanille wäre und die mit 3 Schuss tot wären, dann wäre das sehr, sehr anstrengend für den Emir. Sagen wir es mal so. Es kommt natürlich gerade wieder ein Doppelangriff. Und es ist halt wieder das hier ist halt super ätzend, wenn das Schwein angreift und sowas hier dasteht. Das verfälscht das schon ein bisschen. Ihr seht halt, so ein kleine Run-Buy kommt da nicht an und so ein Störkatapult geht da kaputt und im Endeffekt sollten die gar nicht hier sein. Der Angriff ist ja schon lange vorbei. Es ist halt dieses nicht mit Vorgehen von den KIs, dass wenn man nicht irgendwas aussuchen könnte, was gepatcht werden sollte, dann bitte das hier, dass die Truppen da ewig hinten stehen bleiben. Auf der anderen Seite verhindern die jetzt auch das Rekrutieren hier. Der Emir wird wahrscheinlich jetzt schon ein paar tausend Gold eingesammelt haben, richtig. Schade. Wir haben uns wieder eine Feuerballiste, die ein bisschen vorrennen und versucht Stress zu machen. Sehr effektiv gegen einzelne Armbrustschützen. Jetzt versucht sie die Unterkunft zu erschießen. Aber wir haben quasi einen privaten Brunnen direkt daneben. Das heißt, da sollte nicht so viel passieren. Und ich würde sagen, wir machen es aber ein bisschen schneller, während hier kein Angriff kommt. Und in dem Moment kommt natürlich der Angriff. Danke, Stronghold. Ja, und hier, ihr könnt ruhig vor der Feuerballiste stehen bleiben. Ich meine, was soll schon passieren? Ein bisschen Pech auslösen, noch ein bisschen Pech auslösen, noch ein bisschen Pech auslösen. Aber klar, die haben ein paar Feuerballisten gekillt, hier vorne die eine Störfeuerballiste. Aber so richtig viel ist nicht passiert. Aber haben jetzt gerade mal keine berittenen Burgenschützen davor stehen und zwei Störkatapulte. Mal gucken, ob da was geht. E-Mail auch ein Störkatapult. Und die Katapulte fahren sogar wirklich in Mangenreichweite. Haben sogar noch Pech mit den Steintreffern. Und der nächste Angriff vom Ebenen ist auch am Horizont sichtbar. Ich konnte denn hier ein bisschen Schaden angerichtet werden. Die Tür sind gar nicht so wirklich kaputt. So, die erste Mauer ist auf jeden Fall schon durchbrochen. Das sind ja noch Störschwertkämpfe. Das sind dann die richtigen Angriffschwertkämpfe. Das sind auch noch nicht wirklich viele. Und bis zubald sie einmal offen ist, rennen dann auch die berittenen Burgenschützen mit rein. Was dann so genau jetzt passiert. Das sorgt natürlich dafür, dass die Sinnlos an Streitgeoppen kämpfen und sterben. Oh, der Lord ist mit raus. Das Schwein hier. Das ist ja witzig. Was? Nein, diese berittenen Burgenschütze gehen wir auf den Sack. Das mache ich jetzt selber. Die fress ich auf. Ich mache Hühnerfutter aus denen. Irgendwie sowas. So, was ich vielleicht beim zweiten Video gar nicht gesagt habe am Anfang. Wir machen das hier, um rauszufinden, wie stark der Emi ungefähr ist. Der hat ja gegen den Saladin relativ eindeutig verloren. Jetzt ist die Idee, ihn gegen einen Europäer antreten zu lassen. Und rauszufinden, ob sie immer besser oder stärker sind. Also, ich denke, hier ist es noch nicht ganz sicher, aber aus meinen Erfahrungen könnte ich mir vorstellen, ich weiß, wie es hier ausgeht. Und so würde ich jetzt dann noch gegen andere KIs testen. Ich habe jetzt den Kalif und den Friedrich noch im Sinn, den man testen könnte. Vielleicht fallen euch noch ein paar andere ein, der ab vielleicht war noch eine Idee. Ich quatsche die ganze Zeit und wir verpassen hier fast den ganzen Angriff. Die sammeln sich ja sogar davor im Mangenfeuer. Hier wird kein einziges Belagungsgerät fertig. Das ist natürlich nie ganz so clever gemacht vom Schwein. Die Feuerballiste geht nicht kaputt. Die hier ist kaputt gegangen. Einer hat sogar das Feuer, also viel sogar haben das Feuer richtig überlebt. Und ihr seht, wie lange das dauert, bis die hier sterben an den Bögen. Also, das geht jetzt nicht mega schnell. Aber es sind halt einfach noch zu wenig gewesen. Was ich sagen wollte, bevor der Angriff mich unterbrochen hat. Also, ich versuche, die Emil-KI ein bisschen einzuschätzen. Es ist ein bisschen schade, dass er jetzt die Burg gebaut hat, weil das eine von denen ist, die mir nicht so toll gefällt. Aber in den anderen Videos hat er die hübscheren Burgen gebaut. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir versuchen herauszufinden, wie stark der Emil ist. Gegen Saladin hat er verloren und wir werden gucken, wie er gegen die anderen antritt, wo er dann am Ende ungefähr landet. Gucken wir uns nochmal die nackten Zahlen an. Wir sehen, keiner hat richtig Geld. Der Emil hat aber deutlich mehr Truppen. Was daran liegt, dass er einfach Geld ausgeben kann, um Truppen zu rekrutieren, während das Schwein Waffen braucht. Wobei das Schwein hat das Probleme mit irgendeiner Waffensurte. Also am ehesten noch mit Harnischen, aber ihr seht, auch da wird halt schnell nachgegrafen. Das Schwein kann eigentlich auch ganz gut rekrutieren. Es sind eigentlich immer Waffen da. Ins Grad benutzt es die bloß nicht. Und ich habe es im ersten Video schon gesagt, ich muss es jetzt nochmal sagen, man merkt hier ganz deutlich, dass die beiden KIs keine Ballisten haben. Das ist beim Schwein noch ein bisschen deutlicher, denn der Emil hat wenigstens noch Mangen. Aber hier sowas, das wäre einfach nicht das Problem, wenn hier zwei Ballisten wären. Ich will das aber eigentlich trotzdem nicht machen, denn die Original-KI hatte halt keine und das tut so weh zu gucken, die Armbrustschützen rennen in die Schwertkämpfer und die Streitkornkämpfer werden einfach von Bogenschützen umgeschossen. Das ist ja nicht mal so, dass seine Armee richtig viel schlechter war. Es ist einfach nur so scheiße eingesetzt. Ich würde sagen, es ist ja jetzt offen, es müssten ja wieder die berittenen Bogenschützen mal näher ranrücken. Passiert auch. Und ich meine, die sind ja wirklich effektiv berittenen Bogenschützen, die wirklich aus der Bewegung schießen, sind ja gut, aber viele Armbrustschützen halt eben auch. Deswegen ist das gar nicht so gefährlich für die Schützen vom Schwein. Es ist eben mehr. Die Wirtschaft, die hier gestört wird, war jetzt in dem Fall gar nicht so viel kaputt gegangen, das muss man mal ehrlich sagen. Mal gucken, hier ist eine Feuerball-Liste, die ist schon ziemlich angeschlagen. Ich frage mich wieso. Wieso kann sowas passieren? Die Einheiten müssten dieselbe Reichweite haben. Warum kann eine Feuerball-Liste hier so viele Armbruchsschützen umbringen? Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Jetzt wird auch mal zurückgeschossen, jetzt wo es im Feld vorgerückt ist und die Armbruchsschützen gleichzeitig auch vorgerückt sind. Jetzt ist es mal möglich, auch zurückzuschießen. Und trotzdem schafft die eine Feuerball-Liste mit halben Live noch fast fünf Armbruchsschützen, also Feuerball-Listen OP und so. Machen wir wieder ein bisschen schneller. Die Patrouillen oder die Störaktionen vom E-Mir sind ja nicht besonders erfolgversprechend. Ich will mal überlegen, ob ich das Video ohne Sound wieder veröffentliche und das dann Bonus-Video oder so nenne. Im Endeffekt könnt ihr ja trotzdem KI-Kämpfe sehen, ich sage halt nur nichts dazu. Ja, ich denke, das kann ich schon machen. Und wenn es nicht gefällt, der guckt sich es halt einfach nicht an. So, der nächste Angriff vom E-Mir. Wir gehen von der Geschwindigkeit runter. Wir sehen wieder drei Katapulte. Im Angriff hat er scheinbar keine wirklichen Feuerball-Listen und wieder das Schwein gleichzeitig. Es ist so unglücklich für das Schwein. Guckt euch das an. Die bleiben hier stehen. Die Ambruchsschützen werden erschossen bevor irgendwas passiert. Alles hat nichts gemacht. Es ist nicht mal in die Richtung Mauer gelaufen. Und diesmal ist sogar ganz Angriff. Es wird das Ende sein. Also diesmal ging das deutlich schneller. Also die Schweine haben bei mir immer verloren. Aber teilweise erst nach doppelten oder dreifachen Zeit. Diesmal war es halt echt ein bisschen unglücklich. Ja, da ich das jetzt nur zum vierten Mal gemacht habe, würde ich sagen, einmal reicht in dem Fall. Wir haben geklärt, der Emil ist deutlich stärker als das Schwein. Dass das so eindeutig ist, hätte ich nicht gedacht. Aber gut, das ist nur so gewesen. Ich werde mindestens meinen nächsten KI-Kampf auch noch mit dem Emil machen. Bitte schreibt mir drunter, gegen wen ihr den Emil antreten lassen sehen wollt und welche Farbe er haben soll. Genießt jetzt dieses erste Video, zweite Video, ich weiß nicht, welche Reihenfolge ihr das gucken werdet und das andere werde ich dann wahrscheinlich einfach das Bonus Video hochladen. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und kommentiert schön und dann sage ich bis zum nächsten Mal, euer Tata.